Dieser praktische und formschöne Ford Custom L1 H1 260 könnte schon bald vor Ihrem Betrieb stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wissmann. Der Euro 6 Motor mit moderner L-Blue Technik erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind günstige Steuer- und grüne Plakette garantiert. Die großen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Schiebetür rechts und Doppelflückeltür erleichtern das Beladen. Mittels LED-Beleuchtung ist der Laderaum schön hell. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sitze vorne bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition für drei Personen. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Custom schützt Sie rundum mit ABS, ESP und einem Airbag. Zum Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlung-Nahmepreis. Auch telefonisch. In diesem praktischen Ford Custom L1 H1 als 260er werden Sie immer viel Spaß und Erfolg haben. Bei ungefähr 2 Tonnen Eigengewicht kann der Wagen 600 Kilogramm laden. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie.